Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Ich habe heute das Ungeheuer mal besiegt. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant, das mal auf Video zu haben. Außerdem habe ich mittlerweile alle Schiffe, die es im Spiel gibt, zusammen. Und da wird es auch nochmal ein Video zu geben. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, ein Like auf dem Video da lassen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Ungeheuer in Skull & Bones, wo ja angeblich noch mehr kommen sollen. Warten wir mal ab, was Day 1 Patch und die nächsten Seasons und so weiter mit sich bringt. Aber jetzt erst mal viel Spaß mit dem Ungeheuer. Wen haben wir denn da? Oh mein Gott, greift der jetzt das Schiff an? Oh mein Gott! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Oh mein Gott, Alter. Abschießen, abschießen. Schön, schön. Äh. Er ist ganz schön flingend unterwegs. Gibt es da eine Taktik? Oh, Junge, Junge, Junge. Taktik ist, sich drauf zu gehen. Der hat nicht gerammt, der Sack. Ja, die Torpedos kann ich hier komplett vergessen. Die sind viel zu lahm. Ich kann mal ein paar schießen, aber das würde gar nichts bringen. Wo ist der hin? Schön. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was für ein Ruler. Nein. Alter, der macht ganz schön viel Schall. Muss gleich mal heilen. Wegen Überflutung. Ah, Überflutung macht der. Das ist Überflutung. ich hab ihn fasst aha aus der tiefe ich kann das da kuh kuharibu eliminiert